so jetzt habe ich mich schnell mal ans feuer gesetzt damit wir wieder ausgeruht sind und jetzt bauen wir bloß mal schnell hier eine überdachung über die werkbank damit wir unseren kram reparieren können so reicht es schon ich weiß gar nicht ob das reicht reicht es zu weit werkbank ja das reicht schon kann man das zeug reparieren perfekt jetzt hat man erst mal den blöden baum da weg der stört schon so ein bisschen das wollen wir hier hoch packen oh Das ist ein riesiges Vorkommen. Schaut euch das mal an. Da werden wir jede Menge Kupfer rauskriegen. Auf Bronzerüstung werde ich aber vermutlich erst mal nicht umsteigen. Die bietet zwar besseren Rüstungsschutz als die Trollrüstung hier, aber dafür hat man eine Beweglichkeitseinschränkung. Und ich finde die Trollrüstung schon cool, muss ich sagen. So, ich glaube, da geht es jetzt dann. Na ja, genau, da geht es dann wieder nach unten hier mit dem Kupfer. Ich muss auch aufpassen, dass ich mein Feuer nicht weghaue. Das ist jetzt zu nahe gebaut. Äh, ich brauche mein ganzes Essen. Ich mache mal schnell den Baumstamm weg. So. Dann legen wir das mal alles frei hier. Hey, was willst du? Aua! Jetzt graben wir mal hier nach unten. Oh, schon wieder kaputt. Na ja, ich habe ja noch eine Hacke. Wir haben ja genug. Und das ist jetzt mal nie. da ist anscheinend nix mehr jetzt schmeißen wir mal schnell bisschen was in den wagen zum beispiel die steine und das holz das zeug hier das haben wir natürlich schlau gemacht da oben mal alles reparieren wieso kann ich das jetzt hier nicht reparieren heute eine höhere stufe oder was wahrscheinlich jetzt muss man wahrscheinlich an der schmiede reparieren wahrscheinlich so Das ist natürlich blöd. Können wir unsere Kupferhacke hier nicht reparieren? So, setzen wir uns mal wieder schnell ans Feuer, dass wir unseren Buff wieder kriegen. Einfach mal 20 Sekunden hinsetzen, dann gibt es wieder den ausgeruht Buff, der, das habe ich nämlich auch rausgefunden, gibt nämlich auch noch einen Erfahrungsbonus von 50%. Zusätzlich zu allen anderen Vorteilen, die man bekommt. Das heißt, es lohnt sich definitiv, den immer aktiv zu haben. Schaut mal, wie tief das runter geht, ist alles noch Kupfer hier. Das wird ein richtiger Steinbruch. Na ja, da ist glaube ich jetzt dann Ende. Und wir werden sehr viel Kupfer brauchen. So, das schnell mal hier reparieren. Deu. Deu. Doch. Okay. 14 erz haben wir schon sehr gut da hacken wir mal von der seite ein bisschen wir brauchen mehr ausdauer sonst wird hier nie ein guter Bergmann aus uns da bauen wir uns ja erstmal schöne Waffen schönen Streikkolben und ein Schild einen Schild heißt ja korrekt dann sind wir doch wieder top ausgerüstet würde ich sagen das wird eine folge hier aber das hilft nächster müsste jetzt mit durch oder spult einfach vor oder ihr wollt auch wissen wie viel Kupfer sich hier drunter verbirgt alles kaputt gemacht hier mal reparieren bitte ich hör schon wieder was grunzen hier verpiss dich Aua selber schuld wenn ihr hier Stress sucht so geht's ja nicht so geht's ja nicht ja 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 es wäre praktisch wenn man auf der maustaste einfach drauf bleiben könnte und der dann hacken würde funktioniert leider nicht das heißt wir werden wahrscheinlich wie bei diablo damals die maus schrotten bei der haupten klickzeit die wir brauchen das balanciert jetzt hier noch was passiert wenn wir das hier weg packen hier unten scheinlich werden wir jetzt an spiel zu der luft das ist natürlich jetzt sehr realistische physik absolut ich glaube wir haben jetzt hier da ist noch ein bisschen was ich sehe schon ja keine ahnung wie tief das runter geht wir müssen unseren ausruf wiederholen trinke ich dabei einen schluck so haben wir wieder dann kann es weitergehen aber schon mal hier oben sind welche reparieren gibt es hier noch mehr wir schauen mal es sieht aber nicht so aus das gäbe es hier noch mehr doch da ist noch kupfer das ist ja echt überall verstreut da können wir erst mal ein gerüst bauen oh man Okay. Wir tragen hier den ganzen Hügel ab. Das ist natürlich dann landschaftlich sehr reizvoll hier im Tagebaugebiet. Für zukünftige besucher also nichts mehr mit naturschutz oder so. Da können wir auch gleich unseren steine vorrat auffüllen das passt schon jetzt wird es natürlich gleich wieder nacht dann kommen wieder unsere ganz tollen freunde aus der nachbarschaft die grauzwerge aus der dachbarschaft weil die bringen halt immer kein bier mit das ist halt das problem die wollen immer nur kroppen was halt echt nicht so nett ist aber so sind sie halt die grauzwerge keine manieren und immer nur am rum stressen auch kaputt. oh Ich habe keine Lust hier von einem Felsen erschlagen zu werden Das ist ganz schön Arbeit Das ist ganz schön Arbeit hier Das Zeug auszugraben Aber Das macht irgendwie mehr Spaß Als einfach so die Sachen einzusammeln Das ist ja schon ziemlich realistisch Weil so wäre es ja In der Realität auch Da kommt man ja auch nicht einfach so ans Kupfer Das muss man schon ausbuddeln Da führt kein Weg dran vorbei würde ich sagen Ich glaube jetzt haben wir dann bald alles freigelegt So es wird nachts Wir holen uns erstmal wieder unseren Buff ab Gehen wir mal ans Feuer Da kommen sie eh schon wieder Wo kommst du denn jetzt her Freundchen Dann setzen wir uns mal wieder Ja und ich würde sagen Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Ich werde jetzt aber erstmal das Zeug hier alles abbauen Damit ihr euch Nicht komplett zu Tode langweilt Hierbei Keine Ahnung wie viele aufeinander folgenden Bergbau folgen Oh da kommt schon wieder einer Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren Wenn ihr Bock auf weitere Folgen Valheim habt Oder was ich heute sonst so mache Hier auf dem Kanal Lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder nach unten Da je nachdem wie es euch gefallen hat Und wir sehen uns das nächste Mal wieder Macht's gut bis gleich Ciao und Servus